Ein Ford Grand C-Max ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in diesem grauen 5 Thüringen Bind Platz. Der Venn bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP für Suffix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Dachrailing, Einparkhilfe und noch vieles mehr. Der Benziner überträgt eine Leistung von 150 PS auf ein Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 24.869 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.